Hallo und herzlich willkommen zu meinem Workout Tabata Kraftausdauer. Wenn du eine straffe Sommerfigur haben möchtest und wenn du den ganzen Körper und dein Herz-Kreislauf-System trainieren möchtest, dann bist du genau richtig hier bei meinem Tabata-Workout. Schön, dass du da bist und mit mir trainieren möchtest. Das Workout werde ich im Tabata-Style durchführen, das heißt 20 Sekunden für die Übung und 10 Sekunden für die Erholungsphase bzw. für den Positionswechsel. Kommst du an deine Grenzen, dann setzt du einfach eine Sequenz von 20 und 10 Sekunden aus und steigst dann wieder ein. Es würde mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, das auch teilst, likes und natürlich auch kommentierst. Und damit du nichts mehr verpasst, solltest du unbedingt die Glocke aktivieren und dann wirst du immer benachrichtigt per Mail oder per Push-Nachricht, dass ein neues Video da ist. Ich würde sagen, wir fangen sofort an. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß. Ich bin die Katja und wir trainieren heute zusammen. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020